Ja, wir stellen in Dortmund aus, weil wir hier regional ansässig sind. Unser Hauptsitz ist in Dortmund. Wir haben unser Schaltanlagenwerk in Olfen und wir haben unser Schaltgerätewerk in Willensdorf. Insofern ist die örtliche Nähe für uns maßgebend und natürlich der Hauptgrund, warum wir auch in Dortmund hier auf der Messe ausstellen. Also wir sehen eigentlich eine positive Entwicklung. Themen wie Energieeffizienz sind natürlich in aller Munde. Wir haben in Deutschland Atomkraftwerke abgeschaltet. Hier muss was passieren. Dort sehen wir uns auch und in diesem Bereich sind wir sicherlich stark. Wir stellen unsere Komponenten her, um gerade in diesem Bereich der Energieversorgung auch unsere Leistung anbieten zu können. Unsere Highlights, die wir haben, sind unsere Mittelspannungsschaltanlagen und unsere Niederspannungsschaltanlagen. Die stellen wir hier in Dortmund aus. Das sind unsere Schwerpunkte. Da glauben wir auch, unseren zukünftigen Markt gut bedienen zu können.